Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster Hier kann man noch die Musik zurückschillen auf die Originalmusik Na komm, wir lassen das jetzt einfach mal auf... Oder? Komm, wir machen mal ein bisschen die Originalmusik Beste ist jetzt auf der kurzen Version Dann würde ich mal ganz kurz hier ein Sphermo-Button ein bisschen leveln Moment Wir müssen hier entlang Wo geht das da entlang? Oh! Hier ist... Lulus Weg Dann gehen wir mal hier entlang Ja, krass ja, wir haben jetzt genug Zack Alles klar Hier runter war das, ne? Moment, das war hier runter, oder? Jawoll, ich steh mich schon kurz vor den nächsten Zaubern Den... Den Ra-Zauber Hier würde ich eigentlich ganz gerne schon noch vor dem Übernächsten... Übernächsten Boss-Fight haben Da geht es zu Tidos Und komm, der kann immer ein bisschen AP vertragen Der Junge, der hat ja so wenig auf der Wurst Mit Tidos geht es dann hier entlang Und der bekommt Und der bekommt Abwehr Wir haben nur einen Abilities- Ach man, nicht schon wieder Aber... Gut Kimago geht irgendwie einfach den Weg nach hiervon Der ist aber eigentlich scheißegal Wo Kimago hingeht Bei dem werde ich auch keine Abilities-Teroiden verwenden Ich finde einfach, dass es bei dem verschwendet Okay Okay Dann geht es weiter Was haben wir denn hier, so Fighters? Ein Haufen gar nichts Doch, ein Kampf Ja, ja Kann ein bisschen angedrucken, der Typ Zack Einmal ein Feuer auf die Doppelhorn Und dann Kannst du eigentlich auch schon weg sein zu Tidos Der ist weg Kimaui Zack Juna Juna Einmal verteidigen Wir holen mal die Ekstase raus Den Satoji Top Und Saki Wie gesagt bei Tidos kann man den immer mal ab und zu mal reinrotzen Einfach, weil wir dann schneller neue Ekstase erlernen Einfach, weil wir dann schneller neue Ekstase erlernen Aber, wie gesagt Bis wir die schneller erlernen, das dauert noch einen Moment Abilitis Feroid Sehr schön Also hier bei den Doppelhörnern könnten wir die ein bisschen ergrinden, merke ich schon Was hast du zu sagen? Hallo Ich habe zu viel eingekauft Hier bitte verwendet dies Vier Antidos Nice Alles klar Tschüss Dingo So, nur noch euren Panzer Also Rocker Auren Ja, du verteidigst Kimaui Auren, du haust euch Schnauze Juna Juna Verteidigen Kimaui Auswechslung zur Lutu Und T verteidigt Anori Puts Und Rocker macht dann den Rest Und Puts Sehr schön Easy going Jo Ich wünsch mal trotzdem noch ein paar mehr Abilitis Feroiden Die müssen wir irgendwie mal ein bisschen irgendwo erfarmen Okay Verteidige bitte Ah, der hat keine AP mehr Äh, keine MP mehr Das könnte ein bisschen problematisch werden, der hat einfach zufrieden stehen Okay Tito, du machst bitte mal schnell den Deko weg Denke ich mir jetzt schon ein bisschen auf die Nerven Okay Dann ist doch mal Ne Ansage Kimaui Einmal bitte herankommen Phoenix wieder auf Lube Wie geht die Extase jetzt voll? Das ist nicht wie ich Ja gut Ja gut Aber da kannst du jetzt nichts für Aaron Oh, schöner Schaden Feuer Und der sollte jetzt eigentlich jeden Moment schon drauf gehen Jawohl Jawohl Sehr schön Oh ja, das tun wir Sehr schön Wir wollen aber noch jetzt hören Und? 2000 Guild, top Äh, Juna, hättest du noch kurz die Ehre Ja Vielen Dankeschön Ich wollte noch kurz was nachschauen Haben wir eigentlich schon Ähm, wir haben immer noch so was Käse Okay Das müssen wir mal ändern Ich hoffe da kommt gleich mal was Neues Okay Okay You guys are toast Ja Der ist ja schon mal weg Das Vieh kann jetzt nicht auch schon verabschieden Und dann... Oh Nicht gut Juna Alright Was kann ich dir sagen? Du machst mal ein Medica auf deinen fährten Aaron Hallo Aaron Da war er doch Medica Von Fußkammer habe ich nicht gebrochen Kimari Abwehren Abwehren Und Rocker Zack Das war's schon Sehr schön Was ist das? Das ist Susu Oh Ey, das sind doch Guzo und Lada Oder wie heißt die Guzo? Ich weiß das grad nicht mehr Ne Guzo war jemand anders Das war ja nicht Aber Neue Abilities Faroe Top Zack Verteidigen Ladies Summoner Ich finde die Besetzung irgendwie echt kronenvoll Medium Summoner Aber Aber naja Auf Äh Alte Final Fantasy Hasen Ich weiß ja auch schon warum das ein Summoner ist Wegen dem Bestier Wegen dem Beschwörern Das waren nämlich mit alten Fantasy Trennen immer der Beschwörer der das konnte Zack Komm Komm Der kann ja die Schuhe nochmal hin und mal kurz heilen wieder Einmal heilen Angreifen 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 Kann noch eine Neidung vertragen Ja du selbst Könnt ihr Und er ist tot Bei dem würde ich ja Gamer Finishing machen Ja mach's gut Trenn 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 Du hast einen neuen Abilities Ferien organisiert so Gerta Ah ja, das wollen wir vielleicht spielen. Offensiv? Wir sollten gehen, Sir. Okay. Okay. Ja, da lacht er dir los. Einen hinter... Zwei Bomber. Ja. Die Leitkarte macht ihren Drop-Wise perfekt. Ja, dafür sind wir da. Sehr schön, Jona. Okay, da müssen wir mal einen Crash-Brescher machen. Der macht mir nämlich gerade eindeutig zu viel Schaden. Und du hältst dich mal ganz schnell. Ich hab keinen Bock, dass du schon wieder drauf gehst. Ja. 100, 600, 11, 100... ... ist im gelben Bereich. Alles klar. So, jetzt können wir mal auf eine hier Dragonik machen, weil Luhu das Schlag hinkriegt und wir erlernt, explodieren. Dachte ich mir, das wäre dann einfach ein Untergang gewesen. Wacker. Kümmert sich eindeutig um den... ... Koffi hier. Du heilst dich auf jeden Fall. Okay. Und Kimami haut ab für Lulu. Und darf dann erstmal hier den... ... ein bisschen einfrieren wieder. Ein bisschen nachkühlen, ein bisschen chillen. Abkühlen hab ich gesagt. Okay. Wacker kann wieder der Heilung vertragen. Ich bin auch gerade bewusst ein bisschen öfter am heilen. Einfach weil... ... es gibt dieses Ekstase-Typen. Und die möchte ich langsam mal erreichen. Was das genau ist, erkläre ich irgendwann später, wenn wir sie dann bekommen. Weiß? Der Erste ist weg. Sehr schön. Und Yuna... ... einmal bitte hochhealen. Ähm... Okay. Der hat einmal noch Kraftbrecher drauf. Top. Okay. Dann wieder... ... Eis auf ihmchen. Wenn du langsam geht's auch schon wieder in den spannenden Teil über von Final Fantasy. ... Joa... ... kann man zwar behaupten. Klar, das Ende ist natürlich das Beste, finde ich, aber... ... ich mag zwar den mittleren Teil vom Spiel. Feuer. Ich glaub, wenn wir hier fertig sind, hat jeder die Ekstase bereit. Und einmal... ... Eis auf Le Bombe. Ich weiß nicht, wie du das vollbockst jetzt auf... ... wo ich das gesagt hab, von der Eisbombe. Habt er das schon mal gegessen? Das ist echt der Shit. Komm, Tidus kann das immer ein bisschen angreifen. Bei denen ist es wichtig, dass er den Ekstase-Typ erlernt. Weil so langsam... ... wird das für den echt wichtig. Jetzt komm schon! Feuer und du bist tot. Jetzt machen wir 285 Schaden. Der ist echt magieristent. Und... ... nein, da will ich sie zu reden und ein Flammenschwert. Was ist... ... was du so? Hier sind vier der Monster. Nimm das und pass auf dich auf. Eine High Potion! Super! Ah! Ähm... ... ... ... Oh, Shalinda. The use of Machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now I feel I have the courage to finish my training. Notices of Prey. Thanks. Let's go. Let's go. The answer when I can get started. Cool. I don't know. Okay, you're right. The ocean. Okay. hinsetzen kommt noch mal wasser und dann kann juna und dann kommt auch schon rein vom herrn und juna darf dann mal ein bisschen hochheilen der reichen zack und weiß magie alles klar ihr wisst wie wir das garantieren mit einem saltoid vernichten allein wenn wir jetzt auch schon wieder doppelte Abilities verreden bekommen und da haben wir Ability Klingel bitte bitte wer hat die jetzt bekommen war das ja alles klar allein weil wir das jetzt bekommen haben werde ich jetzt wie viele haben wir jetzt sechs ich würde sagen die Frage ist ja jetzt eh rum ich stehe hier eine kleine grinding session ein damit ich ein bisschen ein paar Abilities verreden bekommen habe weil hier dieses Pferd diese Ability Klingel hat den Typ Ability Wandler dadurch werden alle Sphäriden wenn er einmal angegriffen hat die wir bekommen zu Abilities verreden ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder ich grinde bis dahin ein bisschen wisst ihr was ich nehme das auf macht das aber im Speed ab und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss